Das ist ein Riesengeschenk, weil ich mir ihr Werk so lange gewünscht und Paul hat ja dann den Auftrag gegeben, weil Paul hat nicht gefragt, was ich mir wünsche, so als nicht Abschiedsgeschenk von ihm, aber so am Ende seines Lebens. Dadurch sagt, ich will unbedingt ein Werk von ihnen. Und damals hatte ich keine Zeit gefunden, das Leben geht so rasch, es ist immer knapp mit der Zeit und er hat gebeten, da konnte ich nicht die Zeit finden. Und jetzt erfüllen wir diesen, seinen Wunsch. Schade, dass er kann nicht. Ja, aber er ist bestimmt in der Spirit. Er ist bestimmt in der Spirit da. Wenn wir in Luzern spielen, dann denken wir an ihn. Probiere ich noch einmal. Ohne Metronom. Ja, 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 ja. Und dann probiere ich. Ja, ja, ja. Ah, das ist gut. Okay, ja, ein bisschen mehr Melodrama. Ja, danke, 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 danke. Okay, das klingt fantastisch. Okay. Ich bin glücklich. Deine Hände, deine Hände, fantastisch. Perfekt, aber wir müssen besser machen, nicht nur perfekt. Besser als perfekt. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Das wäre dann ... Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020